Yo, yo, yo Leute und willkommen zum neuen Video von mir, dem Gaming Player 76 und ich habe vor circa zwei Monaten ein Video hochgeladen, wie ich den neuesten Madfoot 22 Glitch erkläre. Und wieder mal kamen sehr, sehr, sehr viele Fragen dazu auf und diese wollte ich hier in diesem Video beantworten und hoffentlich klären. Also wie ihr hier unschwer erkennen könnt, war die erste Frage sehr oft, bei ihnen würde das Game abstürzen, wenn sie reingehen und den Bildschirm halbieren. Und ja, das habe ich auch in meinem Video gesagt, dass es abstürzt, deswegen braucht ihr eben dieses Parallel Space 64 Bits. Ich tue euch den Link zu diesem auch nochmal in der Videobeschreibung, sprich da könnt ihr es euch installieren und dann sollte das funktionieren und die erste Frage sollte somit abgehakt sein. Kommen wir zur zweiten Frage. Also wir haben zwei Fragen, die ähnlich sind und die erste ist von TopnikFN und zwar fragt er, wenn ich jetzt über Parallel Space starte, muss ich dann bei Level 1 beginnen, obwohl ich Level 13 bin? Ja, du musst dann bei Level 1 beginnen, weil Parallel Space macht eigentlich nur mehrere Konten, sprich du bekommst nicht deinen originalen Account, den du im originalen Madfoot hast. Du verlierst diesen Account auch nicht, wie in der zweiten Frage, allerdings bekommst du einfach nur einen zweiten Account mit eigenem Konto, eigenen Sachen. Das ist einfach quasi wie ein zweites Konto und deinen anderen Account behältst du einfach nur auf Madfoot 22 und den anderen, mit dem dieser Glitch funktioniert, den hast du auf dem Madfoot, der eben in Parallel Space ist. Nun zur dritten Frage und zwar fragten mich viele, wie man traden kann und wie ihr seht, diese Fragen sind alle schon ein paar Monate her. Mittlerweile kann man mit dem Mod traden, dass man nur damals ganz neu, als der Mod neu rauskam, dass diese Funktion noch nicht ganz funktionierte. Mittlerweile wurde das aber vom Hersteller wieder behoben und man kann jetzt ganz normal traden, wie im originalen Madfoot 22 eben auch. Auch die Beschwerde, dass man eben keine Coins hatte, kam zweimal vor und zwar liegt das daran, dass ihr quasi einen neuen Account bekommt. Der Account startet bei Null, weswegen ihr einfach noch keine Coins, keine Karten, gar nichts habt. Ihr nehmt euren alten Account nicht mit, ihr bekommt einen komplett neuen Account und diese Münzen müsst ihr euch zuerst erfarmen. Das musste ich in meinem letzten Video eben vor zwei Monaten eben auch machen und erst wenn ihr diese Münzen euch erfarmt habt, könnt ihr euch diese billigen Packs kaufen und der Glitch funktioniert. Hier habe ich eben nochmal zwei Beschwerden, dass einmal das Spiel nicht startet, wenn er den Bildschirm halbiert und einmal das Spiel crasht, wenn er einen Pack öffnet. Dies habe ich vorhin auch schon erklärt und dafür braucht ihr eigentlich einfach nur Parallel Space 64 Bits. Das habe ich im letzten Video auch erwähnt und ist diesmal wieder, wie vorhin angekündigt, in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem ist dort auch der Link zu meinem letzten Aufklärungsvideo, solltet ihr noch Fragen haben. Denn die Lösungsvorschläge sind meistens immer noch dieselben. Und kurz zwischendurch Entschuldigung für diesen Ton. Erstens ist das Video im Hintergrund schon aufgenommen und ich nehme dieses Video schnell auf, da ich es euch schon lange versprochen habe, endlich so ein Fragen-Antwort-Video zu dem Medford 22 Glitch zu machen. Außerdem nehme ich auch über ein anderes Gerät als sonst auf, weswegen der Ton nicht ganz so gut ist, wie sonst immer. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und beim nächsten Video, das dann in zwei Monaten kommt, wird der Ton wahrscheinlich besser sein. Wie kann ich mein Bildschirm halbieren? Eben durch das Viereck. Und wo ist das Viereck? Beim Samsung ist es links unten, beim Huawei rechts unten, wie es bei iPhone aussieht, weiß ich nicht. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich euch zeige, wo eben dieses Viereck ist. Dieses Video ist eben auch in der Videobeschreibung verlinkt. Während dem Machen dieses Videos habe ich folgenden Kommentar von Amironator gesehen. Und zwar hofft ihr, dass ich die 10.000 Abonnenten knacken. Erstmals das hoffe ich selber und danke für diesen Kommentar. Und zwar danke an jeden, der meine Videos liked, mir folgt und diese Videos mit seinen Freunden teilt. Und sollte euch auch dieses Video gefallen haben, dann liked bitte dieses Video. Schreibt einen Kommentar, folgt mir und teilt es mit Freunden, damit wir bald zusammen die 10.000 Abonnenten knacken. Ich bin dankbar an jeden von euch, der meine Videos ansieht und liked. Ich bin dankbar an jeden, der Kommentare schreibt und solche Kommentare pushen mich dann natürlich auch. Wenn ich nicht oft Videos bringe, so ein Kommentar tut natürlich trotzdem gut. Und danke an jeden eben, der mir folgt und liked. Und jemals ein kaum Tagestimmert, jemals jemand, der mein Video gesehen hat. Ihr seid die Besten, danke für alles. Und ich mache direkt weiter mit der nächsten Frage. Bei euch beiden funktioniert es nicht, die App eben zu teilen. Das könnte daran liegen, dass ihr eventuell nur über Madfoot reingeht und nicht über Parallelspace. Das habe ich euch auch gesagt in meinem allerersten Video. Ihr braucht Parallelspace, Bruder, wie ich das ausspreche, Parallelspace. Ihr braucht Parallelspace, perfekt. Link dazu kann ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Vor allem erst durch Parallelspace ist eben diese App teilbar. Die normale Madfoot App ist eben nicht teilbar. Das habe ich auch schon eben wie vorhin erwähnt. In meinem ersten Video dazu erwähnt, der Link dazu ist eben auch nochmal in der Videobeschreibung drin. Und kommen wir schon zur letzten Frage des Videos, ob ich über irgendeine App, wie zum Beispiel Telegram oder so, erreichbar bin. Also Telegram und so weiter habe ich nicht. Allerdings habe ich Instagram. Und wenn wir schon bei Insta sind, ich mache selbst meinen eigenen Content auf Insta. Vor allem wenn ihr gerne Tilo hört, dann kommt gerne auf meinen Insta-Account rüber. Ich habe eh schon in meinem letzten Video eben Werbung für meinen Instagram-Account gemacht. Also wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann kommt bitte gerne auf diesen Account rüber. Vor allem wenn ihr gerne Tilo hört. Ich höre Tilo Chefs und seit 2017 habe ich deswegen sehr, sehr, sehr viel alte, damals releasete Songs. Teils auch Songs, die nie rauskamen. Songs, die ja 2016 mal in einem Insta-Libestream released haben. Also wirklich, ich habe da sehr viel von ihm. Also kommt gerne auf meinen Insta. Erster Link in der Videobeschreibung. Danke an denen, der auf Insta kommt. Ihr könnt mir dort auch gerne schreiben. So, das war es jetzt auch von mir mit diesem Video. Ich weiß, es war bei weitaus eines meiner schlechtesten Videos. Wenn nicht sogar das schlechteste Video, das ich jemals gemacht habe. Es tut mir leid. Allerdings wollte ich einfach nur dieses, endlich dieses Aufklärungsvideo für METWOOD 22 machen. Ich hoffe, eure Fragen sind beantwortet. Sollte es sonst noch Fragen geben, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich werde dann dort antworten. Und sollten es wieder zu viele werden, wird es halt nochmal einen Teil geben. Danke an jeden, der sich bisher dieses Video angesehen hat. Ich weiß, es ist nicht mein Bestes. Und sollte es so neu sein, tut mir leid für dieses Video. Schau lieber mal meine anderen. Du wirst sehen, normal sind die Videos nicht vom Ton und generell vom Schnitt her so schlecht. Ich habe es nur sehr eilig in letzter Zeit. Auch wegen Schule und so weiter. Und es ist auch ein anderes Gerät, über das ich jetzt aufnehme. Das nächste Video wird wieder über das Übliche sein. Und dort werde ich auch wieder die üblichen Ton und so haben. Also, bis dann. Danke für jeden, der es angesehen hat. Und tschau tschau, euer Gamingplayer76. Und wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video. Tschüss und ihr seid die Besten. Tschau.